Ja, es steht im Titel, es ist kein Clickbait, es ist true, ich bin durch eine meiner Prüfungen gefallen. Und heute möchte ich euch sagen, warum das so war, wie das passieren konnte und vor allem euch auch ein allgemeines Studium-Update geben, weil das sich sehr, 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 sehr viele von euch gewünscht haben. Deswegen viel Spaß bei diesem Video und auf geht's! Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und Psychologiestudent. Und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und viele, viele hatten jetzt über die letzten Tage, Wochen, Monate gefragt, Leo, studierst du noch Psychologie? Leo, wann kommt das nächste Studium-Update? Ich glaube, das ist jetzt schon über ein Jahr her oder so. Und es war immer sehr, sehr beliebt, aber mir ging es immer darum, euch in Bezug auf das Abitur weiterzulaufen und nicht über mich und meine Studie zu reden. Aber viele haben es sich gewünscht, ich denke gerade dieses, weil noch viele Sommerferien haben, bietet es sich gerade als Thema extrem gut an und deswegen möchte ich unbedingt darauf eingehen, was in meinem Studium abgeht für diejenigen, die ein bisschen late on the train sind und nicht wissen, was ich da eigentlich neben dem Abiturcoaching mache. Ich studiere Psychologie an der Fernuniversität in Hagen. Das bedeutet, das ist keine Präsenzuni, wo du in einen physischen Raum gehst mit einem physischen Lehrer, sondern du hast einfach Professoren, die dich übers Internet betreuen. Du hast Videos, die du anschaust und natürlich Bücher und Prüfungen und ansonsten alles gleich. Das heißt, die Prüfungen schreibt man auch wirklich in einem physischen Raum, in einer echten Uni. Genau. Und das Ganze mache ich jetzt mittlerweile im vierten Semester. Und letztes Semester ist das kleine Debakel passiert. Und zwar, ja, es ist true, ich bin durch eine Prüfung gefallen. Kam relativ unerwartet. Ich denke, diejenigen von euch, die auch die vorherigen Studium-Updates von mir schon angeschaut haben, wissen, dass ich das Studium anders lerne als alle anderen. Und zwar einfach in der Hinsicht, dass, denke ich, ein Psychologiestudium für sehr viele sehr herausfordernd ist und eine sehr große Sache ist. Ich persönlich interessiere mich wahnsinnig stark für Psychologie. Ich habe mich unglaublich gefreut, als ich das, ja, auch zu studieren begonnen habe und es war mir auch immer wichtig, das zu studieren. Nur konnte es aufgrund von zeitlicher Priorität nie mein großer Fokus sein, weil mir das Coaching mit euch immer viel wichtiger war. Und ich natürlich auch Dinge wie Sozialkontakte und Sport beibehalten wollte. Und dann ist es halt nicht möglich, die, glaube ich, ausgeschriebenen 40 oder sogar 80 Stunden pro Woche, die man für das Studium aufbringen soll, zu bewerkstelligen. Und dementsprechend war dann für mich natürlich auch die Challenge, okay, wie kann ich so ein anspruchsvolles Studium in möglichst kurzer Zeit auch, oder mit einem geringen Zeitinvest absolvieren, so dass ich trotzdem die Noten am Endeffekt raus habe, die ich haben möchte und auch gleichzeitig das Wissen, was ich nicht nur kurz für die Prüfung, sondern wie ich auch langfristig beibehalten möchte, wirklich auch drin habe. Und das mache ich im Prinzip so, dass ich lange, 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 wo alle anderen im Studium eigentlich schon lernen und Woche für Woche weiterlernen, ich eigentlich überhaupt nichts lernen. Das bedeutet, ich lasse meistens das Studium so ein bisschen vorlaufen. Bei mir ist es im Studium so, dass man zwischendrin immer wieder Prüfungsvorleistungen machen muss, das heißt, man muss gewisse Leistungen erzielen, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Die mache ich dann natürlich. Aber ansonsten schaue ich mir eigentlich monatelang mein Studium überhaupt nicht an, was so ein bisschen dieses Verhalten ist, was vielleicht viele, jetzt zumindest von außen betrachtet, was man vielleicht so kennt von diesem typischen Bulimie-Lernen, das heißt, die Kurzfurt der Prüfung erst dann lernt. Im Prinzip sieht es bei mir von außen betrachtet nicht anders aus, nur, dass ich mir sehr klar darüber bin, was ich möchte und warum ich es so tue. Ich denke, jeder hat bei, wir sind ja alle sehr ähnlich, jeder hat in der Schule schon mal kurz auf die Stelle noch am nächsten Tag für den Test gelernt. Auf die Art und Weise funktioniert es halt im Studium nicht mehr ganz. Aber was definitiv möglich ist, ist mit einem wesentlich geringen Zeitinvestment. Dann könnt ihr euch gerne auch mal das Video, wie ich 20 Mal so schnell lerne, wie alle anderen anschauen, einfach auf YouTube suchen. Das bedeutet, was ich mache, ist im Prinzip, ich nehme mir ein bis zwei Wochen, bevor die Prüfungen, das ist immer eine Prüfung am Ende, eine große Prüfung, die die gesamte Note für das ganze Semester ausmacht, das heißt, das ist eine sehr, sehr wichtige Prüfung, nehme ich meistens ein bis zwei Wochen davor, sind auch zwei Prüfungen davon direkt hintereinander. Und dann wende ich natürlich die Lehrmethoden, die ich für mich selbst kenne, an, kombiniert mit extrem starkem Fokus und widme dann diese Zeit fast ausschließlich dem Studium. Habe natürlich auch YouTube-Videos vorproduziert, betreue natürlich auch die Teilnehmer und so weiter, aber fahre das möglichst stark runter, als was ich im Physikos-Coaching mache, um in diesen ein bis zwei Wochen wirklich diesen Stoff wirklich bestmöglich aufzusaugen, die Komponenten, und das sind bei weitem nicht alle, aber die Komponenten, die mich interessieren, gleich zu verstehen. Und das ist eine Sache, die ich ganz vielen von euch ja auch immer wieder rate, anstatt sich die mehr auswendig zu merken, und das funktioniert halt bei dem Stoffvolumen im Psychologiestudium und dann jetzt zum Beispiel auch dem Zeitrahmen, der mir zur Verfügung steht, einfach nicht alles auswendig zu lernen, sondern es einfach sofort zu verstehen. Das hilft mir natürlich auch, weil ich einfach grundsätzlich ein sehr großes Wissen in diesem Gebiet habe und dann mit Vorwissen und Neuronen verknüpfe ich das alles wesentlich schneller, aber das hilft mir einfach sehr, sehr stark und so schaffe ich es dann eigentlich relativ gut, mich auch mit sehr gutem Wissenslevel zu bringen, die Inhalte, die mich wirklich für mein eigenes Leben stark interessieren, rauszunehmen, sofort zu verstehen, zu verinnerlichen, und dann bleiben sie ja auch bei mir. Das ist nämlich übrigens ein Mythos, dass man mit Dingen mehrfach in Kontakt kommen muss, um sie abzuspeichern. Keine Ahnung, überleg dir das erste Mal, wo du vielleicht eine Person des anderen Geschlechts geküsst hast, oder auch wenn du aufs Gleichgeschlecht stehst, da will ich keine politische Debatte draus machen, aber das erste Mal, wo du eine andere Person geküsst hast, wird jedem von uns irgendwie noch im Kopf geblieben sein. Oder das erste Mal, wo du Fahrrad gefahren bist, oder was auch immer. Aber diese Sachen musst du nicht immer wieder dir aufsagen, damit du sie dir merken kannst. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn dich was wirklich interessiert, wenn du irgendein Gespräch hattest zum Beispiel mit einer Person, wo sie dir was super Spannendes erzählt hat, du kannst dich immer noch an das Gespräch rennen, immer noch an die Inhalte, aber du hast dieses Gespräch nie mehrfach geführt und musst es auch nie mehrfach führen, weil es beim ersten Mal schon so spannend war, dass du es einfach nie gemerkt hast, weil es einfach wertvoll für dich war. Und diese Inhalte nehme ich eben aus dem Studium einfach so einmalig raus. Und die anderen Sachen sind wirklich einfach nur aneignen, um dann die Prüfung bestmöglich zu bestehen. Und so schaffe ich es aktuell sehr gut, meinem Zielschnitt, was heißt Zielschnitt, Ich will das Einzige, was ich will, weil ich meine, ich habe meine Tätigkeit hier schon als Coach, ich brauche dieses Studium nicht, um dann irgendwie mich bewerben zu können oder sonst irgendwas, sondern es ist für mich einfach nur eine zusätzliche Wissensquelle. Deswegen geht es für mich nicht darum, irgendwie da ein Einsatzstudium oder sonst irgendwas hinzulegen, weil es mir nur darum geht, das Wissen rauszuziehen und nicht irgendwie tolle Noten zu schreiben. Das bedeutet, was für mich wichtig ist einfach, dass ich einen Schnitt von 2,49 oder besser habe, weil dann wird man für den Master zugelassen und das ist dann für mich auch einfach eine vernünftige Note, wo ich auch sagen kann, okay, ich habe es einfach gut gemacht. Und da läuft auch alles bisher sehr, sehr gut. Das heißt, meine Noten schwanken immer so zwischen 2 und 3. Und da geht es einfach darum, diesen Kurs beizubehalten, um dann das Studium dann in einem Jahr schon, nee, nee, doch in, aber in 14 Monaten, crazy, in 14 Monaten vielleicht auch schon zu beenden und dann mit der Bachelorarbeit sehr, sehr gut auch noch abschließen. Genau, jetzt natürlich die Frage, was ist mit der Prüfung, die ich nicht verstanden habe. Da war ich natürlich auch wieder sehr schlau und zwar habe ich dann an dem Punkt im letzten Semester, habe ich dann nicht mehr, um es noch zeiteffizienter zu gestalten, habe ich dann nicht mehr die Vorlesungen des Professoren gelernt, sondern auf Basis von einer Zusammenfassung in StudyDrive, kennt vielleicht andere Studenten. Und das war auch alles wunderbar. Das Problem war nur, dass fälschlicherweise diese Zusammenfassung als eine Zusammenfassung von diesem Modul ausgegeben war, was auch eine Zusammenfassung von diesem Modul war, nur bevor es grundlegend überarbeitet war. Und das stand eben in der Zusammenfassung nicht drin und ich habe mich halt darauf verlassen, dass es das Richtige ist und dementsprechend habe ich dann mit ganz viel Fokus und tollen Lernstrategien nicht komplett das Falsche, aber wahrscheinlich zu 50% sinnlose Informationen und weitere 50%, die eigentlich rein hätten sollen, waren nicht drin. Und so habe ich dann diese Prüfung um ein paar Prozentpunkte nicht bestanden, was natürlich super ärgerlich ist, habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Aber das möchte ich vor allem auch aus dem Grund mit euch teilen, weil erstens ist es kein Problem, wenn man richtig damit umgeht. Ich meine, ich habe es einfach so zum Beispiel für dieses Semester einfach drei Module statt regulär zwei Module. Das heißt, ich habe quasi eineinhalbfache Vollzeitbeschäftigung, allein durch mein Studium, offiziell. Aber auch da, wenn man es halt mit der richtigen Lernstrategie, mit der richtigen Zeiteinteilung, mit dem richtigen Fokus macht, dann funktioniert auch das wunderbar. Und auch, dass auch mir sowas passieren kann. Ja, also ich denke, viele haben vielleicht auch von mir dieses Bild von, keine Ahnung, du kannst Leo wieder in die Oberschule checken oder checkt Leo in jenen Studiengang, der schreibt überall 1.0. Erstens habe ich grundsätzlich diese Ambitionen nicht. Zweitens glaube ich nicht, dass es für mich in jedem Studiengang machbar wäre, weil es mich wahrscheinlich auch einfach nicht interessieren würde. Und dass auch, wenn man quasi alles weiß, was man braucht, um sehr gute Noten zu schreiben, dass man dann immer noch gegen solche äußeren Dinge ja keine Wahl hat. Und ich nehme es natürlich trotzdem voll auf meine Kappe und übernehme wieder voll die Verantwortung, weil natürlich, wenn man sich auf die Zusammenfassung von jemandem verlässt, der nicht der Professor selbst ist, besteht immer die Gefahr. Das heißt, da habe ich ein bisschen, ja, gegambelt, ein bisschen Risiko eingegangen und bin damit auf die Nase gefallen. Und das ist in Ordnung. Aber ich meine, allein dadurch, dass ich jetzt auch das Modul einfach gleich neu weiterbelege, ist mir nicht mal Zeit verloren gegangen. Ich muss halt dieses Semester bloß ein bisschen mehr machen. Und das soll euch halt auch zeigen. Erstens, Fehler sind vollkommen normal und zweitens, wenn man gut damit umgeht, sind sie auch kein Thema. Das bedeutet auch für diejenigen von euch zum Beispiel, die jetzt letztes Jahr durchs Abi durchgefallen sind. Das ist kein Thema. Wenn du in einer Prüfung mal richtig schlechte Punkte bekommen hast, geht immer noch. Ich hatte in der 11. Klasse zwei Punkte in der Physikex, ich hatte drei Punkte in der Sozialkunde-Klausur. Hat mich nicht davon abgehalten, ein sehr gutes Abi zu schreiben. Und genau, deswegen, ganz, ganz wichtig, geht da euren Weg. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich spiele aktuell auch ab und zu mit dem Gedanken, das Studium teilweise mal für ein Semester zu pausieren, um mich noch mehr auf euch fokussieren zu können, weil es ja trotzdem einen gewissen Anteil in meinem Leben einnimmt. Jetzt steht eine Hausarbeit an, da bin ich sehr gespannt, wie die verläuft, weil es wirklich noch mal was anderes ist und auch mehr als eine Seminararbeit ist. Ja, und genau, soweit. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Dann kann ich die gerne für euch beantworten. Ja, deswegen, in diesem Sinne, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr studieren wollt. Das würde mich sehr stark interessieren. Das sind ja, glaube ich, nicht immer nur Medizinstudienten, auch wenn natürlich sehr, sehr viele von euch Medizin studieren wollen und das auch sehr, sehr gut so ist. Ich glaube, wir brauchen aktuell sehr stark Ärzte in Deutschland. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo. Dein Leo. Dein Leo. Dein Leo. Ja!